In diesem Video geht es darum, wie du einen sogenannten D-Mark-Eintrag bei deiner Domain hinterlegen kannst. Viele von euch, die gerade das Video schauen, haben wahrscheinlich innerhalb der letzten paar Wochen von Shopify eine E-Mail erhalten. In der E-Mail bittet dich Shopify darum, einen solchen D-Mark-Eintrag bei deinem Domain-Host zu hinterlegen. Wenn du dich auch fragst, wie das Ganze geht, dann bist du in dem Video auf jeden Fall genau richtig. Denn ich erkläre dir in vier ganz einfachen Schritten, wie du jetzt vorgehen musst, um dieses Problem zu lösen. Starten wir aber erstmal damit, warum das überhaupt so ein großes Problem ist und warum du das auch unbedingt zeitnah lösen solltest. Ab dem 1. Februar 2024 musst du bei Gmail und Yahoo deine Domain authentifizieren und über einen solchen D-Mark-Eintrag verfügen, den wir im Rahmen von diesem Video bei deiner Domain hinterlegen werden. Denn nur wenn du das machst, dann kannst du auch weiterhin E-Mails von einer deiner Marken-E-Mail-Adressen an Kunden versenden. Im konkreten Fall von Shopify heißt das, dass alle Bestellbestätigungen, Versandbestätigungen etc. Also alle transaktionalen E-Mails, die Shopify für dich verschickt, eigentlich über deine E-Mail-Adresse. Die werden dann nicht mehr über diese E-Mail-Adresse verschickt, sondern über eine no-reply-at-shopify-email.com-Adresse. Und das ist natürlich der Worst Case, weil vorher ist alles super professionell gelaufen, es wurde über deine Marken-E-Mail-Adresse verschickt, aber wenn du jetzt eben diesen D-Mark-Eintrag nicht machen würdest, dann würde Shopify einfach hingehen und aus Sicherheitsgründen einfach auf die andere E-Mail-Adresse umstellen. Und dann kriegt jeder von deinen Kunden einfach von der E-Mail-Adresse no-reply-at-shopify-email.com alle transaktionalen E-Mails. Das willst du natürlich nicht, deswegen ganz wichtig, dass du hier jetzt gut zuhörst und die Sachen Step-by-Step durchführst. Die Umsetzung an der Stelle ist relativ simpel. Wir müssen einfach nur vier Schritten folgen und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Ist jetzt wirklich eine Sache von wenigen Minuten, dann hast du das ganze Ziel erreicht. Zuallererst gehen wir hin und nutzen einen sogenannten D-Mark-Checker, um zu gucken, ob vielleicht sogar schon mal ein D-Mark-Eintrag bei dir hinterlegt worden ist. Weil es kann natürlich sein, dass du das in der Vergangenheit vielleicht schon mal gemacht hast, dass es eine Agentur für dich gemacht hat oder eine befreundete Person, die sich so ein bisschen besser mit dem Thema E-Mails auskennt. Das mag sein, deswegen checken wir am Anfang erstmal, ob vielleicht so ein Eintrag schon hinterlegt ist. Nur wenn nicht, dann müssen wir in Step 2 machen, erstmal deine Domain authentifizieren, in Step 3 dann deinen D-Mark-Eintrag hinzufügen und in Step 4 dann über den D-Mark-Checker nochmal prüfen, dass auch alles sauber funktioniert hat. Bevor du anfängst, stell aber auf jeden Fall sicher, dass dein Shop einen aktiven, bezahlten Plan nutzt. Weil bei Development Stores und auch bei Shops, die noch in diesem Pause-and-Build-Plan sind, da können keine C-Name-Einträge hinzugefügt werden. Und diese C-Name-Einträge, die müssen wir eben gleich im Authentifizierungs-Step einfügen. Also wenn das bei dir nicht der Fall ist und du kannst das nicht machen, dann liegt es daran, dass du sehr wahrscheinlich noch einen Development Store nutzt oder dass du in diesem Pause-and-Build-Plan drin bist. Starten wir erstmal mit Schritt 1 und prüfen über den D-Mark-Checker, ob du vielleicht sogar schon einen D-Mark-Eintrag hinterlegt hast. Dafür springen wir einmal rüber in den Browser. Zum Glück gibt es heutzutage für alles mögliche ein Tool. Auch für das Thema D-Mark-Einträge gibt es natürlich einen Checker, der kostenlos online existiert. Den Link dazu packe ich dir einfach unten in die Beschreibung. Du scrollst ja dann nach unten und fügst hier deine Domain ein. Dann klickst du einfach hier auf Inspect the Domain und der wird dir dann hier sagen, es gibt noch keinen D-Mark-Record oder es gibt schon einen. Wenn es schon einen gibt, perfekt, dann kannst du alle anderen Sachen überspringen und du bist an der Stelle hier fertig. Falls hier genau wie bei unserer Domain steht, dass es noch keinen D-Mark-Record gibt, dann musst du die nächsten Steps jetzt durchführen. In Schritt 2 gehen wir jetzt hin und authentifizieren deine Domain. Im Shopping für Admin-Bereich gehst du einfach in die Einstellungen rein, klickst hier unten links auf Benachrichtigungen und guckst dann hier oben in dieses Feld rein, wo es rund um Absender-E-Mail-Adressen geht. Deine E-Mail-Adresse, mit der du gerne versenden willst, die steht ja genau hier drin. Das ist deine E-Mail-Adresse, über die du versendest, also wo alle Bestellbestätigungen drüber rausgehen und auch alle Versandbestätigungen, Änderungen an der Bestellung etc. pp. Das läuft alles über diese E-Mail-Adresse. Wenn du die noch nicht verifiziert hast, dann klick unbedingt hier auf Verifizierung erneut senden. Du erhältst dann eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse und musst einmal bestätigen, dass du Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hast. Zweiter Step ist dann, dass du hier unten auf Domain-Verifizierung bzw. Domain-Authentifizierung klickst. Du solltest an der Stelle jetzt einen Link sehen. Hier bei mir ist der Link nicht, weil ich die Authentifizierung vor ein paar Stunden schon in die Wege geleitet habe. Das Vorgehen kann ich dir allerdings auch nochmal kurz erklären. Das ist nämlich ganz simpel. Du klickst auf den Link und solltest dann dieses Pop-Up sehen. In dem Pop-Up steht, dass du insgesamt vier Datensätze hinterlegen musst bei deinem Domain-Host. Und zwar vier CNAME-Einträge. Das sind im Prinzip Einträge, die du bei deiner Domain machen kannst, die ausgelesen werden können. Insgesamt sind das hier jetzt vier Datensätze. Wir würden jetzt hingehen und gehen zum Beispiel zu Ionos. Du bist vielleicht aber auch bei GoDaddy oder hast deine Domain auch bei Google, wo auch immer. Du musst einfach nach DNS-Einstellungen suchen. Dann klickst du da drauf und hast dann immer die Möglichkeit, einen neuen Record oder einen neuen Eintrag hinzuzufügen. Du wählst dann CNAME aus. Und hier trägst du einfach ganz genau die Sachen ein, die hier stehen. CNAME hast du ausgewählt. Hostname ist dieser hier. Den kopierst du dir einfach, fügst den hier ein. Dann gehst du wieder rüber, nimmst dir den Wert und fügst den hier unten ein bei Zeigt auf. Fertig. Und jetzt würdest du einfach auf Speichern klicken und hast diesen CNAME-Eintrag dann bereits hinterlegt. Ich habe das Ganze ja schon gemacht. Das heißt, meine CNAME-Einträge sind tatsächlich schon hier unten. Und den Step kann ich an der Stelle jetzt erstmal überspringen. Du musst das Ganze aber natürlich durchführen. Und dann am Ende klickst du hier unten auf Domain authentifizieren. Sobald du das gemacht hast, erscheint dann eben genau diese Nachricht, dass die Domain-Authentifizierung bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen kann. Das ist auch ganz normal. So, wenn du das Ganze gemacht hast, dann geht es über zum nächsten Schritt. Und im nächsten Schritt müssen wir den D-Mark-Eintrag hinterlegen. Den D-Mark-Eintrag hinterlegen wir auch ganz normal bei den DNS-Einträgen von deiner Domain. Das heißt, du gehst wieder zu deinen Einstellungen, klickst auf Record hinzufügen und wählst hier dann TXT anstatt CNAME. Unter Hostname trägst du dann Unterstrich D-Mark ein. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass hier in der Vorschau direkt schon D-Mark Punkt und dann deine Domain steht. Manche Domain-Hosts wie zum Beispiel Ionos hier machen das schon vollautomatisch. Das heißt, das wird automatisch hier hinten dran gehangen, ohne dass du es hier oben eintragen musst. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann bitte unbedingt auch Punkt und dann deine Domain hier oben mit eintragen. Unter Wert fügst du dann folgende Sachen ein. Die packe ich dir allerdings auch nochmal unten in die Beschreibung mit rein. Das brauchst du jetzt nicht eins zu eins abzutippen, sondern stopp einfach kurz das Video, geh in die Beschreibung und kopier dir das Ganze daraus. Und zwar fügst du ein V gleich D-Mark 1, das muss jeder einfügen, das ist verpflichtend. Dann ein Semikolon, P gleich Non. Wieder ein Semikolon, dann RUA gleich Mail2 Doppelpunkt und dann trägst du eine E-Mail-Adresse ein, an die sogenannte D-Mark Berichte geschickt werden sollen. Wenn du das gemacht hast, dann klickst du einfach hier auf Speichern und hast hier dann hoffentlich stehen, dass das Ganze erfolgreich angelegt worden ist. Im letzten Schritt gehen wir dann jetzt hin, nehmen uns wieder die Domain und machen einen komplett neuen Test. Also hier wieder einfügen, Inspect the Domain und dann sehen wir, es hat funktioniert. Wenn das Ganze bei dir nicht funktioniert hat, dann gehen natürlich nochmal die ganzen Steps durch. Guck, ob du die Einträge sauber gemacht hast. Wichtig ist, dass du zum Beispiel vorher jetzt auch dieses Unterstrich D-Mark mit eingetragen hast und dass eben die Werte, die du dann eingetragen hast, auch korrekt sind. Es kann sein, dass das Ganze bei dir noch ein bisschen länger dauert, also dass er nicht direkt erkennt, dass ein neuer D-Mark Eintrag hinterlegt worden ist. Das heißt, kein Problem. Du solltest bis zu 24 Stunden warten und dann immer mal wieder checken, ob das Ganze jetzt angenommen worden ist oder nicht. Wenn nach 24 Stunden hier immer noch steht, dass du keinen D-Mark Eintrag hast, dann gehe auf jeden Fall nochmal Step by Step alle einzelnen Punkte durch und stelle sicher, dass du immer die korrekten Sachen umgesetzt hast und eingetragen hast. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass unbedingt ein Like da und abonniere den Kanal, um genau solche Updates und Änderungen, die bei Shopify passieren, relativ schnell in Videoform erklärt zu bekommen. Darüber hinaus, wenn du gerade an dem Punkt stehst und dir denkst, ey, ich baue hier seit Monaten meinen Online-Shop auf und ich komme nicht so richtig voran, dann schau dir auch unbedingt mal unser Programm an. Da helfen wir Leuten wie dir wirklich eins zu eins dabei, von null, also wirklich nur von der Produktidee, hin zu deinen ersten Umsätzen im E-Commerce-Bereich. Wir machen dich im Prinzip zum E-Commerce-Unternehmer, nehmen dich da komplett an die Hand, auf die Reise in diese richtig geile Zukunft und wenn du da auch irgendwie Interesse dran hast, dann guck unbedingt mal in die Beschreibung, da habe ich dir das Ganze verlinkt. Schau mal vorbei, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, dein Henrik.